Das Erforschen des Markers war jedes schwebende, das wir verloren haben. Ich lasse nicht zu, dass Sie das alles wegwerfen! Danke, Isaac. Jetzt ist es an der Zeit, zu sterben. Was? Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen! Die Schöpfer müssen absorbiert werden! Die Schöpfer? Meinten Sie mich? Aber Stross sagte, wir könnten den Marker zerstören! Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren! Ich habe Ihnen vertraut! Ich pfeife auf Sie und auf Ihren Scheißmarker! Ihr würdet alle eins sein! Ah! 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 Alter, was geht ab? Alter, ich hab keinen Medikick mehr 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 Ich bin total Ich bin total Hau ab, du Mungo-Kind! Alter, was ist denn das für ein Boss-Fight? Ich habe das Gefühl, ich mache dem Teil auch noch keinen Damage, ey! Zähch ab, du Mungo! Wow! Alter, wie viel soll ich denn noch da reinballern, ey! Alter, wie viel soll ich denn noch da reinballern, ey! Das war's für heute. Wow, das war crazy shit. Kärzstänze, Evakuierung aller Mittelernte ist erfahren. Dies ist keine Lippung. Unschwursysteme werden verblieben. Kärzstänze anberangen. Sofort die Evakuierung aller Mittelernte ist erfahren. Was ist das jetzt gewesen? Das sind die Credits. Lassen wir die Credits einfach nochmal durchlaufen. Mastard, war das Ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Ich hätte auch noch eine. Ich koch durchs Dach und hol sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Was? Nein, Ellie sitzt zu spät. Weg von der Station. Nur schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufbanken. Lassen ich meinen nicht. Was ist das, was Sie machen? Lassen ich mich machen! Lassen Sie ihn auf. Lassen Sie mich Incarnationstoffe in der l Lucius. Lassen Sie mich auf ein Zeug. Lassen Sie mich auf den Schlauch. Lassen Sie mich auf die Strider schlafen. Lassen Sie mich auf die Strider. Oh, ich glaube, ich hätte was tun müssen, oder? Das hat sich gerade nicht so angefühlt, als wenn ich was anfühlt hätte. Okay, dann nochmal. Isaac, nehmen Sie meine Hand! Ich versuch's ja! Die Luke! Schließen Sie die Luke! Nein, du schass! Ich versuch's ja! Ich versuch's ja! Ja, Leute, dann danke ich euch, dass ihr auch bei meinem zweiten LP dabei wart. Das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Das Spiel war wirklich hammergeil. Ich kann's jedem ans Herz legen. Ähm, ich lasse die Credits diesmal für euch durchlaufen. Eventuell spiele ich nochmal den Multiplayer an. Und ansonsten würde ich einfach sagen, vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns! Nee, ich versuch's ja! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.